auch heute will ich euch mal wieder mit einem schönen panzer beglücken und ich finde den is 2 der ist definitiv ein highlight in der premium variante in dieser berlin ausführung weil optisch einfach schnieke ist und der is 2 ist einfach ein tolles gerät also für jeden der den ich hat und sich perspektivisch irgendwann mal in den 7er premium schweren premium zulegen will sobald er kommt empfehle ich euch kauft ihn ich persönlich mag ihn wie gesagt sehr sehr gerne ja dann schauen wir jetzt noch mal was hier der revelations zeigen wird top tier ist das ist phänomenal für das gerät also da das mag er wirklich und am ende der runde werden wir auch sehen ja man kann gut credits mit dem einfahren so er nimmt jetzt erst bei den typischen weg der happy's und zwar gefährt er hier richtung kloster oder was soll das eigentlich sein ich sag mal richtung der gebäude dass ich mich da jetzt nicht zu sehr verleiht lasse so was falsches zu sagen oder burg oder irgend sowas auf jeden fall da fährt er hin weil da ist in der regel auch immer schön was los so der erste stück ist schon raus leider bei ihnen team da ist kommt der erste gegner da ging auch der erste schuss schon direkt daneben na gut kann passieren da wollte dann schnellen schuss losbekommen achtet eh nicht auf ihn und jetzt kann er da den nächsten einsetzen und jetzt sieht man gleich da ist jetzt gleich ordentlich was los kv 1 panzer 4 ausführung h oder nimmt den gleich das munitionslager weg erster hit direkt munitionslager sehr schön kv 1 s da hinten dann tiger auch noch ja da ist gleich hier sowie wie es sein soll mit einem heavy gleich die gegner da da wird gleich ordentlich rabatz gemacht ja schön da konnte direkt einen hit setzen der tiger hat leider hinter ihm im mate rausgenommen den al 44 jetzt wird ein bisschen zeit gestrapt da kann nochmal dem tiger man sieht halt der alpha schaden ist wirklich top und jetzt hat er den tiger ausschalten können der t34 1 breit an ihm abwärts 2000 damit schon gemacht da wollte er ohne wirklich amen zu müssen den t34 beschießen der fährt jetzt rum kettet ihn lediglich und jetzt hat er den nachschuss nimmt den also raus sehr fein und jetzt da drinnen noch zwei stück der uni und der giri und da schießt er ihn hier aufs ketten glied hat die hält auch rein erwartet bis er nachgeladen hat und gibt ihm noch mal eine der fährt da so schnell nicht mehr weg so und noch mal jetzt hat der uni zwar auch einmal getroffen und von vorne kommt noch ein jagdpanzer aber 32 hit points hat er lediglich noch das ist jetzt ganz schnell weg so auch zerstört jetzt fährt er hier ein bisschen drauf richtung giri und ui so und auch den zieler die kette oder doch nicht was ausgesehen und weg ist er fünf kills und jetzt hinter ihm eine hellcat da muss er den richtschützen wieder klar machen jetzt ist er hier an sich eigentlich unschön weil hinter ihm der uni ist und vor ihm die beiden hat dicker hit und jetzt sind sogar vier jetzt kommt auch noch die arti dazu unglaublich der ui prallt da nicht ab den ignoriert er sogar einfach sind erst mal die arti raus lässt den jagdpanzer stehen dass er den und fahrt auf die hellcat genau richtig gemacht so jetzt der ui den nimmt er raus perfekt gemacht acht kills redley wollte das aber sowas von da und jetzt haut der jagdpanzer ab wahnsinns action die wir hier jetzt gehabt haben also so extrem sieht man es dann doch eher seltener wirklich top und noch mal ein munitionslager perfekt sie holen in ihrem zug den entscheidenden beitrag weil er neun kills gemacht hat 5709 schaden 1300 geblockt und auch noch mal 1000 unterstützt also besser geht's nicht und das ganze in lediglich fünf minuten 16 sekunden ich hoffe es hat einen daumen verdient ein kommentar ist auch gern genommen vielleicht habt ihr ihn ja auch und spielt ihn gerne ich wie gesagt gibt ihm ein ganz klares plus und däumchen bis zum nächsten mal euer eke ramba abonniere 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 abonniere